Was ist das Problem? Die Probleme sind, dass ich einmal die Magenkrämpfe habe und dass sich dann vor alledem auch, dass sich der ganze Körper unwohl fühlt. Das heißt, wenn du aus einem Luftballon die Luft rauslässt, ja, es sind teilweise auch andere Stoffe, weil wenn du auf so PID allergisch bist, dann bist du auf viele Nebenallergien auch irgendwo drauf. Wäre halt natürlich super, wenn es überhaupt einmal in nächster Zukunft die Möglichkeit gibt, gerade für Allergiker, einfach klar zu sehen, was ist in dem Lebensmittel drin, ist so PID enthalten, ist Laktose enthalten und so weiter. Dass Leute, gerade wie ich ja, die Probleme mit solchen Allergien haben, das sofort erkennen und dann natürlich bedenkenlos essen können. Ja klar, da muss ich nicht groß drüber nachdenken, da kann ich einfach reinbeißen.